Ich bin der Phil, Mitgründer von Hafervoll und ja, das ist Startup Live, ich gehe jetzt ein paar Müsli-Riegel verkaufen und der Robert erklärt euch alles weitere. Auf geht's in den Ausblick. Tschau heute. Hallo, hallo, ich bin der Rob von Hafervoll und ich stelle euch mal unser kleines Kreativ-Büro vor. Also kommt mal rein. So, 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 hier ist unser Versandtisch, hier wird geackert, hier wird gepackt für unsere ganzen Supporter, für unsere Fans. Nur das Beste, Natur pur, schon beim Verpackungsmaterial und natürlich auch bei unseren Riegeln, kann man ja sehen. Da gibt es natürlich auch noch immer eine handsignierte Dankeskarte von Hafervoll, jeder Kunde kriegt von uns ein kleines Sätzchen. Ja, also Hafervoll im Endeffekt, ein natürlicher Haferriegel gebacken, nicht gepresst von der Maschine. Die Idee kam uns im Endeffekt auf, ja, zahlreichen Außendienstreisen. Es ist halt total schwierig, was Gesundes für unterwegs wirklich zu finden, wo wirklich auch 100% Natur drin sind, wenn es auch draufsteht. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Effekt und fing im Endeffekt damit an, dass wir die eigenen Rezepturen gebacken haben. Natürlich ist die Schwierigkeit da, dass man das natürlich nicht 100%ig zu Hause machen kann. Also gerade nicht so ein Produkt, man kann es nachbacken, aber es ist nicht 100% das Gleiche. Im Endeffekt war die größte Schwierigkeit, einen Hersteller zu finden, der für uns backt. Also eine Bäckerei, die wirklich sagen kann, wir können auch mal ein paar tausend Stück backen. Das dauert ja zu Hause dann wirklich Stunden. Das war auch genau die Phase, wo wir selber mit Businessplan-Metbewerben angefangen haben. Also wir haben relativ früh gesagt, wir wollen auf jeden Fall Hilfe bei den Businessplanen. Sind dann zur NOK, Neues Unternehmertum Köln gegangen, um halt auch einfach diese einzelnen Stufen zu bekommen, die einem auch extrem helfen, einfach auch das eigene Geschäftsmodell zu entwickeln. Wir sind zwar klassisch aus dem Lebensmittelhandel, wissen da eigentlich einen Großteil auch, was Zahlen angeht, haben aber trotzdem nochmal durch NOK ein super Feedback bekommen. Haben da natürlich auch im HGNC Ideenwettbewerb teilgenommen, bei den Wirtschaftsjunionen in Köln und Düsseldorf, beim Bio-Wettbewerb. Also im Endeffekt zählt da wirklich so viel wie möglich. Das kann ich auch eigentlich einem nur ans Herz legen. Macht an allen Wettbewerben, die es gibt, weil man kann immer interessante Kontakte und auch noch ein gutes Feedback mitnehmen. Und das war eigentlich so die Phase, die sicherlich auch schwierig ist, weil viele versuchen, einem in die Idee reinzuquatschen. Warum Hafer? Warum Honig? Da muss man auch als Gründer soweit sein und sagen, okay, das ist die Idee. Davon wird dann auch nicht mehr abgewichen. Das ist vielleicht auch eine Schwierigkeit, dass natürlich viele Leute einwandversuchen und verkauft auch da. Aber wir sind halt sehr stark in Vertrieb und Entwicklung. Deswegen, das ist natürlich auch ein bisschen anstrengend auf die Dauer. Ein Riesenproblem ist natürlich immer die Finanzierung. Also ich glaube, dass für uns eigentlich das größte Problem die Finanzierung war, weil wie wir es herstellen, wie wir es verkaufen, das wissen wir ja. Nur halt das Drumherum, das sind die größten Probleme eigentlich für Gründer. Ja, wie gesagt, eine große Hürde war einfach das Investment, die Finanzierung des Ganzen. Wir haben selber sehr viel Eigenkapital am Anfang verballert, um das Produkt zu entwickeln. Und die nächsten Schritte waren natürlich nur möglich, wenn man das Projekt auch finanziert, auch gerade für Mitarbeiter Marketinggeld hat. Und wir haben natürlich explizit auch Business Angels gesucht, haben natürlich viel Werbung gemacht, auch einfach als Marketing für unser Produkt, beispielsweise unsere Crowdfunding-Plattform. Bei Startnex war einer der, würde ich fast sagen, ja, größten Investoren-Werbeplattformen für uns persönlich. Wir haben, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht mehr so viel machen müssen. Also es sind eigentlich viele Anfragen auf uns zugekommen. Wir sind natürlich auch an diverse Foren gegangen, haben dort nach Investoren gesucht. Bei uns ist es aktuell so, wir haben zwei Parteien bei uns, die investiert haben als Business Angels aus Heilbronn, Food-Investoren. Und wir haben uns das ganze Projekt möglich gemacht, sodass wir hier neue Riegel, neue Geschmacksmuster, neue Geschmacksrichtungen für euch entwickeln können. Und ja, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ohne die Jungs wären wir nicht weitergekommen.